So, es ist jetzt also Studio M Hotel in Singapur. Mal was ganz anderes. Hier ist also ein Tisch und da geht man jetzt also drauf. Das ist eine Tischplatte. Oh, nichts für Schwindelnde. Hier hat man hier so ein bisschen Ausblick. Ja, kommen noch ein paar ruhige Witzer dazu. Also man latscht jetzt über den Tisch und dann, ja, zieht die Treppe rauf und dann den zweiten Stock. So, und da ist also ein Bett. Und, ups, jetzt fällt mir das jetzt also runter. Oh, und, was sieht das also aus? So, wir gehen jetzt zurück in die. Und jetzt geht es wieder runter, an den Tisch. Und da geht es dann irgendwie raus.